so schön kameraden da sind wir wieder stellen wir mal hier noch mal so einen ein es war geld verspendung was sollen wir machen was sollen wir denn machen wir brauchen kohle wir müssen sparen ist was du mein freund muss stärker werden wird erledigt ihr wünscht mich zu sprechen karls kopf kann er denn gar nicht arbeiten meine klinge geht nicht oder können wir erst an einem bestimmten alter arbeiten das kann natürlich sein ich bin gerade verhindert wenn ihr meine familie unterstützt unterstützen wir im gegenzug ja ich euch unterstützen bestimmt nicht und können wir mal machen hier dein politik nicht okay lagerhaus beleidigen jemanden eine fernreise schicken zwei uhr morgens und alles in ordnung familien schwer zu füttern politik junker betriebe limit freiherr baron herrenhaus wenn ihr meine familie unterstützt unterstützen wir im gegenzug euch okay markkraft die bringen die restlichen bringen eigentlich fast nix mehr ich unterstützen bestimmt nicht ich muss geld sparen fernhandelsberichte bei wem können wir uns denn mal so anschleimen hier bei denen 723 rangpunkte gott habt ihr mir etwas anzubieten 3 uhr morgens und alles in ordnung 280 wer ist denn so schlecht wie wir manga die hier die sind genauso schlecht dieses komische pferd hier feierabend was ist das da ist doch einer höret höret wenn ihr meine familie unterstützt unterstützen wir im gegenzug euch natürlich werde ich unterstützen wenn ihr meine familie unterstützt unterstützen wir im gegenzug euch komm schon ich weiß du willst es auch nicht wir mit jawohl wenn ihr meine familie unterstützt unterstützen wir im gegenzug wenn ihr meine familie unterstützt unterstützen wir im gegenzug euch ich weiß grad gar nicht wie sehr die mich mögen wenn ihr meine familie unterstützt unterstützen wir im gegenzug euch Manga war das, ne? 24. 38. Okay, 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 okay. Käsetoast? Käsetoast? Jawohl! Ich habe jetzt voll den Überblick verloren. 29. Ach komm, probieren wir auf 30. Ah. Scheiße. Oh Mann! Ja, wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir im Gegenzug euch. 31. Ja, so soll reichen. Klickt nicht immer so heftig, bitte. Ja, warum nicht? Wird erledigt. 612. Kommt in die beste Spelunke der Stadt. Das geht schnell. Will ich hoffen für dich. Was ist? Das klingt gut. Sicher. Ah, es steigt. Ich weiß zwar nicht, was ich gemacht habe, aber es steigt. Das Glück ist mit euch. Ja. Minus 1 Charisma? Warum? Ich bin gerade verjetzt nicht, bitte. Ich brauche Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ich kann gerade nicht. Ja. 177. Nice. Minus 90 direkt wieder. Minus 90 direkt wieder. Aber gern doch. Jawohl. Ja. Ja. Was ist? Ach so, du warst ja hier am trainieren, ne? In deinen knackigen 20 Jahren. Ist zwar ein bisschen dumm. Aber du hast immerhin schon einen Schlachthaus im Krieg gefunden. Was ich ziemlich feiere. Gut. Das ist ein hübsches Gewalt, das ihr tragt. Ihr wisst euch zu klein. Ja? Oh. Wird erledigt. Das ist ein hübsches Gewalt, das ihr tragt. Ihr wisst euch zu klein. 7000. Okay. Ja, wir kriegen langsam Kohle rein. Wie läuft der Schuppen hier? Oh, gut. Nein. Wir brauchen Geld. Interessiert kein Schwein, Gilde der Alchemisten. Ja, ich will euch heiraten. Ihr wünscht mich zu sprechen. Wird erledigt. Ups. Ich will nicht mit euch gesehen werden. Wolle mal nicht so rum, Junge. Das geht schnell. Upsi. Urteil ist gefallen. Ich bin zur Stelle. Also, für welche Gegenleistung würdet ihr mein Haus putzen? Meine Liebste, ich möchte euch mit einer Zeremonie in einer Kirche heiraten. Oh Gott, wie schön. Eine Familienfeder beginnen? Bin sehr erfreut über diese Entscheidung, mein Liebster. Spelunke. Was geht denn hier an? Was geht denn hier an? Okay, wir verkacken es wieder. Wir sind überall null. Ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe nicht, wie man denn das Ansehen in den Vierteln hochkriegt. Ich habe sonst bis jetzt noch keine Idee gehabt. Das klingt gut. Ähm. Das klingt gut. Ich... Da-da-da-da-da-da-da. Ja. Ja. Ähm. Ja. Das geht schnell. Du brauchst viel mehr Kraft, mein Freund. Du musst wieder in den Krieg irgendwann. Standhaft wie ein Fels. Wie robust der Körper bei uns Faktors ausfällt. Je höher die Kraft ist, desto stärker Ausdauer am Lach ist der Charakter. Was gibt es? Ja. Jemand ist in eines eurer Gebäude eingebrochen. Was wollt ihr erledigt wissen? Gut. Bereit. Wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir im Gegenzug euch. Mach ich. Ohne Fleiß, kein Preis. Wir spielen mal ein bisschen Mucke hier. Das geht schnell. Ja. Ich. Euch unterstützen. Bestimmt nicht. Neun Riesen. Wie viel brauchen wir? Zwölf. Ach, wir brauchen auch noch 750 davon. Das haben wir ja auch bald. Oh ja, da hast du vollkommen recht. Ich bin der Meister. Wo sind sie denn, die Manga? Was wollt ihr? Das geht schnell. Lasst mich euch etwas über diese feine Person erzählen. Sicher. Minus 35. Hier bin ich. Kommt doch herein und nehmt Platz. Ich brauche die Kohle. Ich brauche diese Kohle. Wir machen auf jeden Fall gut Gewinn. Ja, weil wir keine Löhne mehr zahlen. Klick. Ihr wünscht mich zu sprechen. Wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir im Gegenzug euch. Meine Damen. Mit euch will ich nichts zu tun haben. Macht hin. Macht hin. Ich will nicht mit euch gesehen werden. Sagt schnell. Ich will nicht mit euch gesehen werden. Ich will nicht mit euch gesehen werden. Es ist mir eine Freude. 80. Wie geht's? Das weiß ich schon. Mit euch will ich nichts zu tun haben. Schön euch zu sehen. Ah, ihr seid es. Macht hin. Das sind keine jungen, knackigen Mädels. Sagt schnell. Also um die 30 schon fast mit einem Fuß im Loch. Wollt ihr eine Abmachung treffen? Gerne. Gut. Was gibt es? Ich bin der Meister. Jawohl. Wird erledigt. Ihr bin ich. Selbstversch... Ja. Sicher. Willkommen im Zeughaus der Stadt. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, dass ein Krieg bevorsteht. Ihr habt richtig gehört. Seid ihr bereit? Ich bewerte eure Talente und Ausrüstung für dieses Wagnis als durchschnittlich. Ich bin beschäftigt. Vielleicht ein anderes Mal. Ich kann gerade nicht. Bin beschäftigt. Ohne Fleiß kein Preis. Scheiße. Ist das? Hallo. Wird erledigt. Ich bin zur Stelle. Feierabend? Was ist das? 17.17. Sicher. Nun? Bumpt in die beste Spelunke der Stadt. Das klingt gut. Tudududududu. Tudududududu. Wollt ihr eine abmachen, Kunde? Klasse. Endlich wieder was zu tun. Meine Damen. Ich würde gerne... Warum nicht? Wuhu. Ja. Es ist ein hübsches Gewand, das ihr tragt. Ihr wisst euch zufrieden. Beste Spelunke der Stadt. Natürlich will ich euch nicht verpassen. Ja. Es klingt gut. So. Das geht schnell. Wenn ihr meine Familie unterstützt, bin beschäftigt. Oh. Das wollte ich gar nicht machen. Jawohl. Meine Dame. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Euch unterstützen. Das stimmt nicht. Urteil ist gefallen. Nur noch bei Strängen suchen. Bla, 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 bla. Lauf nicht weg, meine Schöne. Jawohl. Lauf hinterher, mein Freund. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir... 618. Wir brauchen viel mehr Einfluss. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad. Ich mag es nicht. Danke sehr. Ich... Euch unterstützen? Ich... Euch unterstützen. Ich könnte mich wieder irgendwo einschleimen, eigentlich, ne? Bringt das nicht Einfluss, meine ich? Meine Dame. Ich bin euch verfallen. Danke sehr. Ich habe... Ich habe... Das Oberhaupt einer anderen Dynastie ist verstorben. Wird erledigt. Meine Dame. Ich... Ich falle auf eure dilettantischen Komplimente nicht herein. Moin. Was ist denn los mit dir? Warum bist du denn jetzt so? Sag mal. Jawohl. Meine Dame, ich bin euch doch... Danke sehr. Wo prügelt sich denn hier? Stadtwache? 15. Lea Manga. Karlskopf. Jetzt müsste man noch lachen, wenn ich den Namen... Das geht schnell. Ja, meine Freunde, ich... Das geht schnell. Das geht schnell. Komm, 81%. Das geht aber klar jetzt. Das geht doch. Ich stehe ja direkt davor, ne? Jawohl. Bla, 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 das interessiert keinen. Sag's schnell. Und ihr? Ihr wünscht nicht zu sprechen. Ich freue mich euch zu sehen. So sei es. Ein Angestellter hat einen neuen Berufskonfer. Somit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Frau, ihr dürft die Brauherdung kürzen. Seid ihr gekommen? Was kann die Mutterkirche heute für euch tun? Kirchlicher Hochzeit. Jemand möchte eine Abmachung mit euch treffen. Ja. Eine Hochzeit. Wir haben uns heute hier zum Konsum erstellt. So sei es. Somit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Ich kann hier gerade kommen und nicht weg. Ihr dürft die Brauherdung kürzen. Ich eile. Okay, haben wir wieder einen unterer Haube gebracht. Ähm. Ist was? Ohne Fleiß kein Preis. So, bei wem können wir uns denn mal einschmeicheln? Kommt in die beste Spelunke der Stadt. Ähm. Wo sind denn die Manga? Hier. Gut. Das klingt gut. Ich kann hier gerade unmöglich werden. Wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir ihn gegen zu all. Minus vier Einfluss. Alles klar. Jawohl. Wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir ihn gegen zu all. Kriegt man da jetzt Einfluss? 48. Na. Komm schon. Sicher. Wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir ihn gegen zu all. Sehr gut. Okay, dann kriegen wir auch. Also Einfluss. Wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir ihn gegen zu all. Weißt du was? Na, komm schon. Das geht schnell. Wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir ihn gegen zu all. Ich eile. Wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir ihn gegen zu all. Wird erledigt. Wird erledigt. Ich brauche ein geileres Gewand. Ich bin ja schon plus drei Einschüchtern. Adeligenkleidung. Adeligenkleidung. Ich könnte mir den einfach mal. Muss halt ein bisschen größer aussehen, ne? Plus vier ansehen. Ein Silberring. Diamant. Plus drei Ansehen. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es einfach. Ist was? Das geht schnell. Oh, den wollte ich nicht. Wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir ihn gegen zu all. Okay. Tschap, 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 tschap. Muss lauf. Wallo. Jemand erwartet ein Kind. Stufenaufstieg bei einer Familienmitglied. Was gibt es? Und weißt du was? Sicher. Wir probieren das jetzt mal. Ich bin gerade verhindert. Ich bin verhindert. Freierabend. Was ist das? Rein theoretisch. Könnte ich doch jetzt eigentlich prummen. Bin ich denn schon wieder hier? Hier. Mensch. Ich bin gerade beschäftigt. Schneller. Stufenaufstieg bei. Ich kann gerade nicht. Okay, jetzt sehe ich noch nichts. Muss wahrscheinlich erst mal da ankommen, ne? Macht hin. Macht hin. Macht hin. Selbstverständlich. Natürlich wenig Leute unterstützt. Oh, das ist der Landzehrer. Ihr wünscht mich zu sprechen. Sagt's schnell. Ja. Jetzt nicht, bitte. Probieren wir das mal. Euer Handelspartner fühlt sich beleidigt. Okay, Familie Manga sieht ganz gut aus. Und schmuggeln, klar. Sicher aufhetzen. Geistesnebel, keine Ahnung, was das ist. So, wie lange dauert das hier noch? Was war hier? Guck mal, ein bisschen Hackengas. Oh, wir haben ganz schön Verlust gemacht. Ach nee, das sind die 4000, wie. Mit der ich jetzt bestechen will, ne? Schade. Kohle ist trotzdem weg, oder was? Das ist gar nicht gekappt. So, was bauen wir denn jetzt als nächstes? Was machen wir denn jetzt als nächstes? Die mögen wir uns immer noch. Protestantin Daphne Rayford hat einen schlampigen Versuch unternommen, euch in der obersten Gesellschaft der Stadt zu... Aber es ist gescheitert. Daphne Raycroft. Wer ist das? Brendan Raycroft? Lasst mich euren Plan erfahren, mit dem ihr... Okay, wir haben elf Riesen, ne? Und Timer ist auch wieder aus. Das heißt, Folge ist für heute wieder vorbei. Ähm... Ich hab doch nicht... Oh, Wandel. Ich weiß schon, was wir in der nächsten Folge machen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.